Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Dort trifft er seine Freunde und unterhält sich Herbert Levine ist ein leidenschaftlicher Erzähler Am liebsten erzählt er von den guten Seiten seines Lebens, die er selbst als die Rosinen bezeichnet Obwohl er an seinen Augen erkrankt und inzwischen fast blind ist, erinnert er sich noch so gut an seine Familienfotos, dass er sie uns beschreiben kann Herbert Levine nimmt uns mit zu den Rosinen seiner Kindheit Seine Emigration nach Palästina, der Zeit in Israel und seiner Rückkehr nach Wien Ich wurde als erster Sohn von Ivan und Bertha Levine in Osterode geboren Damals lag Osterode noch in Deutschland, heute gehört es zu Polen Mein Vater führte die Schenke weiter, die er von meinem Großvater übernommen hatte In dieser Schenke gab es nur Tabak und Alkohol Das bin ich mit Frau Schaller, meiner Amme, die ich sehr geliebt habe Hier bin ich ein paar Jahre später mit meinem jüngeren Bruder Werner auf dem Schoß unserer Mutter Bertha Ich erinnere mich, dass unsere Mutter einmal zu uns gesagt hat Kinder, ich will euch mal was sagen Jeder betet zu seinem Gott Und der Gott hat viele Namen Der eine heißt Allah, der eine heißt Jehova, der andere heißt Jesus Und am Ende kommt alles oben zusammen, weil es nur einen einzigen Gott gibt Und das müsst ihr respektieren Zu Geburtstagen durften wir immer viele Kinder einladen Es war egal, ob die Kinder jüdisch, katholisch oder protestantisch waren Der Sohn meiner Amme, mein sogenannter Milchbruder, Hans Schaller Und seine Mutter waren natürlich immer dabei In der Volksschule war ich sehr gut Dann drängten mich meine Eltern aufs Gymnasium zu gehen Ich wollte ja nicht, da mein bester Freund Hans nicht aufs Gymnasium ging In der sechsten Klasse blieb ich aber sitzen Und mein Vater schickte mich dann auf die Handelsschule Das hat mir zugesagt Stenografie, Buchführung, Schreibmaschine schreiben Da war ich gut Bis 1933 kannten wir in Osterode keinen Antisemitismus 1934 musste mein Vater das Geschäft verpachten Es ist niemand mehr hineingekommen, weil zwei SA-Männer am Eingang standen Um zu kontrollieren, wer beim Juden ein- und ausgeht Mein Bruder Werner war im Gymnasium ein Musterschüler Eines Tages, es war im Jahr 1936, hat der Direktor meinen Vater rufen lassen Und gesagt, Herr Lewin, es tut mir sehr leid, solch einen Schüler von der Schule erweisen zu müssen Aber von höherer Stelle habe ich die Anweisung bekommen, dass keine jüdischen Schüler auf dem Gymnasium geduldet werden Und so musste ich zur selben Zeit wie mein Bruder die Handelsschule verlassen Ab 1936 war ich arbeitslos, das war furchtbar deprimierend Meine Eltern hatten wenig Geld und ich empfand mich als einen unnützen Esser Sonntags bin ich mit dem Radl immer zu Hans gefahren Obwohl ich manchmal nicht wusste, ob er überhaupt zu Hause ist Aber ich habe gewusst, unter der Matte liegt der Wohnungsschlüssel Sie hatten nur ein Fenster zum Hof hinaus Und dort ist der Radioapparat gestanden Ich habe mir Radio Warschau eingestellt Denn da gab es Sonntagmittag immer ein Konzert Dann habe ich meine Seele baumeln lassen Ich habe gewusst, hier kann mir nichts passieren Hans musste zur Hitlerjugend Sonst hätte er zur Gesellenprüfung als Bäckerlehrling nicht antreten dürfen Trotzdem blieb er all die Jahre, die ich noch in Osterode war, mein Freund Und hat uns sogar zu Hause in Uniform mit Hackenkreuz besucht Meine Flucht aus Deutschland begann mit der Vorbereitung auf ein Leben in Palästina In Gulenitz in Oberschlesien haben mehrere junge Juden bei Bauern in der Landwirtschaft gearbeitet Ich hatte die Aufgabe, zehn Mastochsen zu füttern und den Stall sauber zu halten In der Gruppe habe ich mich sehr wohl gefühlt und Alfred Rosettenstein kennengelernt Er kam aus Frankfurt an der Oder und war glühender Zionist Mit ihm bin ich dann nach Subotica Das liegt in Jugoslawien an der ungarischen Grenze Dort stellte der jüdische Baron Gutmann den Hechalutz Auf Deutsch heißt Hechalutz Pioniere oder Neuankömmlinge Ein Gut zur Bewirtschaftung zur Verfügung Wir waren insgesamt 120 Burschen und Mädels dort Das waren eigentlich die zwei schönsten und unbeschwertesten Jahre, die ich erlebt habe Nach zwei Jahren in Jugoslawien war dann zu Pessach 1939 eine Möglichkeit, illegal nach Palästina zu kommen Wir bekamen Einreisevisa von einem jüdischen Konsul aus Prag nach Ecuador Mit der Auflage, wenn wir aufs Schiff kommen, müssen diese Pässe vernichtet werden, damit er kein Risiko eingeht Das Abenteuerliche war, dass wir zuvor acht Tage in Jugoslawien untertauchen mussten Und in der Synagoge auf Strohsäcken hausten Endlich war es soweit Wir hatten den Polizeikommissar mit Geld bestochen Und sind dann heimlich mit Wissen des Kapitäns und der Matrosen Auf das griechische Schiff Galilea und haben uns im Maschinenraum versteckt Am siebenten Morgen waren wir in englischen Gewässern Palästina stand unter britischer Mandatsmacht Und die Briten ließen keine Juden mehr ins Land Darum ruderten die Matrosen uns bei einbrechender Dunkelheit ans Ufer Dort haben wir uns alle flach hinlegen und warten müssen Das hat vielleicht drei Stunden gedauert Aber wir waren glücklich Danach war ich im Kibbutz Magdiel Dort haben wir schwer in den Orangenhainen gearbeitet Unkraut gejätet und Bewässerungen gebaut Später habe ich in einer Farbenfabrik gearbeitet Für mein erstes Geld kaufte ich mir ein kleines Koffergrammophon und 15 Platten Abends bin ich oft zu meinen Freunden Hans und Esther Rosenberg gegangen Und habe dort auf der Terrasse meine Musik gespielt Da habe ich meine Frau Gertrude zum ersten Mal gesehen Schon der erste Blick hat mich berauscht Aber ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen Sie hat mich dann zum Tanzen aufgefordert Und ich habe mich sofort in sie verliebt Kurz darauf heirateten wir Trude war Wienerin aus dem 9. Bezirk Meine Frau hatte großes Heimweh Wir hatten einen Radioapparat, der einen Wiener Sender empfangen konnte Da sind meiner Frau die Tränen gelaufen Meine Frau wollte unbedingt zurück nach Wien Und so sind wir 1955 in ihre Heimat gefahren Die ersten Jahre hatte ich in Wien als sogenannter Ausländer Schwierigkeiten Ich brauchte eine Aufenthaltsbewilligung und eine Arbeitsbewilligung Doch dann erhielt ich die österreichische Staatsbürgerschaft Kurz nachdem wir im Oktober 1955 nach Wien gekommen waren Wurde am 5. November die Staatsoper wieder eröffnet Da sind die Trude und ich hingegangen Haben uns vor die Oper gestellt und die Operngäste angeschaut Das war für uns eine Sensation Die Autos, die Garderoben Jahrzehnte hatten wir so etwas nicht gesehen Leisten konnten wir uns dann aber nur die Volksoper Da waren wir dafür drei bis vier Mal pro Saison Wien wurde mir zur zweiten Heimat Vor rund zehn Jahren bekam ich Schwierigkeiten mit den Augen Jetzt bin ich fast blind Meine Trude starb im März 2001 Und daran wäre ich auch fast gestorben Gerettet hat mich die Musik Die ist mir bis heute geblieben Wenn mich nicht weitergeht Dann wünsche ich dich wort Nachdem einer Saison In der Augen Ich werde nichts Schiff In den Augen In der Augen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020